Er ist nach der Ausstrahlung von Ansatz Müslösik, ich frau Kostan, der Jungs anstrahlen. Er gibt der Wolfgangsplan ein Bündigflug, in dem man sagt, dass die Nestlekskirche und alle, die dafür untersucht wurden, die Fakten bestätigt sind. Angeglig, die durch und langen Menschen, wenn das dann auch der Arbeiter, das ist der Mitarbeiterin schon angegelt.